Stadt Nummer 69, Golfresort Kremstal, Loch 12, Paar 5. Natascha, warum schickst du dieses Loch ins Rennen? Es ist unser Signaturloch durch das Inselgrün und wir stehen hier jetzt am Abschlag, das heißt, man kann sich hier jetzt mal entscheiden, ob man eher einfach auf sicher geradeaus spielt oder ob man ein bisschen auf Risiko spielt und unser Plateau quasi auf der Seite anspielt und dann entscheidet man sich, wie es dann weitergeht. Ich spiele hier von Igel bis Strich alles durch. Es ist immer wieder spannend, was hier rauskommt. Also wir sind jetzt hier quasi in der Landezone, wo man super mit dem zweiten aufs Grün angreifen kann, wenn man hier liegt oder auch nochmal vorliegt. Diejenigen, die ins Wasser schießen, können natürlich auch die wunderschöne Aussicht genießen und sich überlegen, wie sie es beim nächsten Mal besser machen. Sport, der schönste Sport, den spielen wir hier, bei dir vor Ort. Wie grenzt alles, wo's uns gefällt. Wie wird dieses Loch jetzt bestmöglichst fertig gespielt? Das kommt darauf an. Wenn man quasi noch vor dem Wasser liegt, hat man super gute Chancen, wenn man jetzt zum Beispiel ein gutes, gutes Spiel hat. Weil dann kann man auch, selbst wenn man einen Wasserball hatte, noch ein Boge retten mit quasi Pitch, Paar, also ein Putt. Oder aber man hat sowieso das Grün schon getroffen von weiter hinten, dann ist es jetzt eine gute Chance, dass man quasi Igel oder Birdie oder Paar spielt, je nachdem wie das Putten halt dann so läuft. Das Grün ist sehr groß, das heißt, hier ist am Anfang etwas Gefühl gefragt, dass man quasi einen super Ernährungsput macht, so wie man es halt lernt in der Golfschule, nicht zu kurz lassen. Und dann hat man eigentlich alle Möglichkeiten, dass man wirklich ein gutes Ergebnis spielt. Und vor allem, was ich noch zu dem Loch sagen möchte, meine wunderschönen Trauerweiden sind nochmal ein schöner Ausblick. Ich finde, das macht das ganze Loch einfach noch viel schöner. Natascha, wir sitzen hier auf einem gemütlichen Couch. Wie kommt das? Ja, wir haben acht Appartements und einige Zimmer, das heißt, man kann quasi direkt am Golfplatz wohnen. Das sind keine 100 Meter, da steht man schon auf dem ersten Abschlag oder auf der Driving Range oder auch auf dem Chippinggrün, je nachdem, was man halt gerne testen oder üben möchte vorher. Wir haben einen super Schwindenteich, wo man vor dem Spiel oder nach dem Spiel sich erfrischen kann, richtig aufmuntern kann, sich richtig wohlfühlen kann, vor allem auch nach dem Spiel mit einem Glas Wein am Steg sitzt und einfach gechillt und relaxt. Beim Wohnen hier am Golfplatz fühlt man sich wohl, aber hier schaut es auch sehr gemütlich aus. Richtig, hier sind wir im Wein- und Schnapsgeller, wir haben ja eine eigene Destillerie hier im Kölfriseur-Kremstal, das macht uns ja auch aus, unser Präsident ist ja öfters auf der Runde und teilt dann die Spieler ein Schnapserl, ein böse Schnapserl aus. Das ist das Thema da bei uns, wohlfühlen, essen und trinken, wir haben eine gute Gastronomie, da kann man sich kulinarisch verwöhnen lassen, eine super Terrasse, also das ist das Thema hier bei uns, man soll sich wohlfühlen. Und jetzt trinken wir noch ein Schnapserl drauf, mit meiner Tochter und freuen uns, wenn viele Gäste kommen, Prost!